würde ich sagen. Dann machen wir direkt weiter mit den nächsten Aufträgen. Die Ballade vom Wandsprung. Wandsprunglevel sind cool, glaube ich. Also sind gewöhnungsbedürftig, aber mal gucken. Ich mag immer die Level, wo man so Minigames-Rätsel machen muss, so ein bisschen was Billiges halt, wo man Wandsprünge machen muss, so richtige Donutsprünge oder Donuts nicht berühren, sowas, wo man dann aber nicht stirbt, wenn man es nicht schafft. Und das war jetzt einfach nur meine Blödheit. Nein, 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 nein. Oh, das Gifft da unten macht mich halt immer so nervös. Schau, wie das... Nein, ich darf das nicht. Ich hätte noch mal springen müssen. Warten wir erstmal noch ein bisschen, würde ich sagen. Hier auch. Jo, warten wir mal, würde ich sagen. Und dann mache ich sowas. Hallo, Mango. Von der Arbeit zuhause? Oh, ey. Unnötig hier immer diese Tode. Yes, Wochenende. Nice. Boah, das ist mega geil, das Spiel einfach. Das ist mega geil. Ich habe jetzt jetzt nur offline gespielt, ne? Aber... Ja, weil ich das hier erstmal machen will. Und dann... Spiel, wenn ich damit fertig bin, wechsel ich auf online. Das dauert aber noch. Ich glaube, ich habe jetzt so ungefähr die Hälfte. Vielleicht etwas mehr. Boah, das war knapp. Oh, fuck. Okay, wie ich da in die 30 kommen soll, weiß ich nicht. Boah, das könnte auch jetzt gleich echt mal zu Ende sein, ne? Oh, nice. Das ist ein mega geil, das Spiel einfach. Oh, Lightroom und Blackhawk haben gerade auch kurz reingeschaut. Lisa war auch wieder kurz da, aber die ist ja arbeiten. Oh, unser Schlott sieht schon wieder richtig gut aus, muss ich sagen. Siehst du ja auch selbst jetzt. Da. Das einzige was ich blöd finde ist, du kannst das nicht mit einem Joy-Con quer spielen, das unterstütze ich. Du brauchst immer beide oder halt einen Pro-Controller. Finde ich ein bisschen blöd. Weil das wäre nötig. Du brauchst nur eine Schultertaste. Die haben sonst genau die gleiche Funktion. Das wäre also auf jeden Fall machbar gewesen. Heute erwartet uns ein bedeckter Himmel. Gelb und wütend. Gestern doch kein Blacktail. Ne, gestern doch kein Blacktail geguckt. Aber ich muss dann unbedingt machen. Wir wissen wie es ausgeht. Ich weiß nicht ob ich es heute schaffe. Morgen, ja wahrscheinlich eher auch nicht. Aber Sonntag dann auf jeden Fall. Und immer schön alle Münzen mitnehmen. Jedenfalls so viele wie möglich. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr ran, ohne zu sterben. Oh, da kommen ja noch... Stimmt, die werden ja zu klein. Aber auch nicht so schlimm. Rede mal lauter, dann mach dich etwas lauter. Ja, oder soll ich ähm... Ja, lauter kann ich mich nicht machen. Dann würde ich einfach die Ingame Musik leiser machen. Ja, okay. Da hat gerade keiner was gesagt. Deswegen, von denen die da war. Hm. Mache ich gleich sofort. Ähm, okay. Night! Oh, jenes. Ugh-oh-oh-oh! EASTER- native. Oh... HEH-O-OH-OH! Oo-oh-oh... Okay, 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 okay... Oh-oh-oh! Oh-oh-oh! passiert ja aber es geht nicht lauter alles und das mikrofon ist auch so eingestellt wie sonst immer ich habe ja jetzt nichts geändert obwohl warte ich guck gleich mal warte ich habe jetzt nicht vorher die filter gelten ja egal ob ich streamen oder rekorde deswegen sollte das eigentlich passen und in der aufnahme passt das ja auch immer gut warte mal kurz ja das schlägt halt auch ein bisschen gelber aus also das ist nicht zu leise ist so wie immer 1200 ich glaube da können wir jetzt den flügel weitermachen 1000 ja genau dann kann auch sein dass mein fernseher wieder dumm ist ja kann sein wie gesagt es schlägt ein bisschen gelber auf und das mikro ist genauso wie in den aufnahmen immer ich habe jetzt die ingame musik ein bisschen leiser gemacht freie fahrt für koopa autos cool das erste mal ein koopa auto erreicht das ziel in einem koopa auto ja juhu ja das ist schon cool ey ah nice was sie für level damit bauen können dann noch on und off und fragezeichen blöcke und die glasröhren mit wo du auch noch panzer selbst durchschießen kannst du so wenn man das alles irgendwie kombiniert da kann was richtig geiles bei rauskommen machen wir so bei dir auch sack nice noch drei level dann ist der ostflügel auch fertig dann können wir uns um den westflügel kümmern die große kiefer attraktion wir haben mindestens 80 münzen und erreiche das ziel ok ok zum hochwerfen natürlich ok das war's nochmal ok war das nicht geplant boah da muss ich aufpassen ey dass die mir die sachen hier nicht kaputt machen o oh nice das war wichtig wow 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 hahaha das war das war wichtig ey ach ok da puffen noch ein ding application Nice, war ein cooles Level Gut Und ich glaube, nach den beiden Leveln haben wir auch fast wieder genug für den Westflügel Aber praktisch fast nahtlos weitermachen Mehr Münzen, wieder Wasserlevel Tabeln alle Münzen und erreichen das Ziel Das erste Mal, dass diese Biskoblöcke sind, dass die Jana, dass die da sind Cool Okay Sehr gut, immer schön alle Münzen mitnehmen Ja, Überraschungsangriff Oh, nice Sehr gut So, 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 so Da, komm, kriegst du, kriegst du, kriegst du Nice Ah, okay, so hätten die den auch noch getroffen Genau 100 Münzen in diesem Level Na gut Flucht aus der Wirbelwindhöhle Ah, bin ich mal gespannt Was, die sich da haben einfallen lassen So, erst mal ein Feierabend Ja Gönn dir Gönn dir Nein Ah, die Münze wollte ich noch Weiter Und hopp Und hopp Oh, shit Nein Haha Das war blöd Das war blöd Boah So, kommt schon Hopp Und hopp Und los Und los Und los Ich verzichte mal auf die 30 Da, sonst sterbe ich wieder Alter, hörst du auch die Kinder Vorm Schluf schreien Beziehungsweise singen Nee Alter, ich habe auch Kopfhörer auf Warte mal Nö Glaub ich dir Vielleicht, wenn ich mich ans Fenster stellen würde Oder so Aber jetzt hier so Nö Ja, ich nicht Das ist auch eine coole Idee hier Okay, das reicht Äh, okay Ah, nice So So, der soll die kaputt machen Richtig Zack Oh, die haben mich die ganze Zeit den Weg hier hoch Gehoben Und jetzt töte ich die Zack Ja, gut Dann haben wir jetzt tatsächlich genug Um direkt mit dem Westflügel weiterzumachen Das Dach des Ostflügels ist somit fertig Ich liebe es, wenn ein Bauplan aufgeht Bei diesem Design habe ich mich von den Schlagwörtern Edelmut, Güte und Honigkuchen inspirieren lassen Ja Dann weiter Keine Müdigkeit vorschützen Los Mach da mal weiter Los geht's Los geht's 28 Wird auch gerade schon bei über 50 Warum sind die jetzt hier wieder diese Hier war ich doch gerade Ritt auf der Kanonenkugel Na ja, machen wir erstmal hier weiter Ja, mach das Oh 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 So Jetzt läuft das doch ganz gut Die ist ja viel schneller Habe ich zu spät gesehen, dass das eine rote ist Oh, dann kommt der Maulwurf da angerannt Ey, passet nicht Oh, toll Hier warte ich jetzt einfach Bis sie geschossen wurde Und ich bin dann hier drauf Ich gehe einfach mal hier lang Hier geht es Münzen Nein, die Novaten können Vielleicht auch sollen Oh, Vorsicht Alter Boah Der ist schneller als die Kanonenkugel Okay Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Okay Ich verzichte hier auf die Münzen Sonst sterbe ich Halbzeit Oh, nice Ja, lief eigentlich auch ganz gut Nein Ah Okay Okay, 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 okay Alles klar Das reicht dann auch Wo ist das Ende? Ah, ich Oh, die wollen mich doch verarschen Ey Okay, ich bin zu früh gesprungen Ich hätte warten müssen, bis die erste Wetter unten ist Und wieder Luigi Oh, da Bläh, bläh, bläh Nervt das, ey Was sollte das denn jetzt? Ist das dein Ernst? Oh, ich bin zu früh Oh, ich bin zu früh Next try Na, kriege ich nicht Diesmal kriege ich es nicht Shit Game over time Boah Na, schauen wir mal Ich schaff das schon Oh, siehst du Oh, ey Jetzt beim zweiten Mal habe ich die 30er Münze nicht bekommen Ey Ärgerlich Ah Nun gut Weiter geht's Windiger Wolkenausflug Frage mich, was das hier mit denen soll Warum die nochmal hier sind Jetzt schmeiß ich auch mal die Switch ein Ja, mach das, mach das, mach das Windiger Wolkenausflug Boah Alter Was ist los? Mario Komm schon Er da Nein, 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 nein Ich finde die Mucke sogar von Mario Mecca ist die auch Mega geil Ach, guck mal Schaff ich das hier, nice Und das Ziel Nice Nice one Donut Donut Wettessen Bin ja mal gespannt Bin ja mal gespannt Oh, oh Monty Lass mich in Ruhe Aber ich bin für den falschen Weg entschieden, offenbar Oh, oh, oh Okay Oh, oh Monty irgendwie müssen wir da ja ok ok schneller muss ich den irgendwie mitnehmen den hier keine ahnung wie ich da rankommen soll oh gott habe ich zu spät gesehen da ist das ziel ok gut dann würde ich sagen machen wir direkt mal mit dem letzten level für den westblock weiter ja 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 ja